Heute zeigen wir Ihnen wieder ein schnelles Abendbrot aus dem Seaside in Bad Saarow. Danilo Steinbart macht für uns seine Variante vom Beef Stroganoff. Dazu brauchen wir Rinderfiletspitzen, Kräuterseiblinge, saure Gurken, Lauchzwiebeln und als Sättigungsbeilage Drillinge. Zuallererst werden die Rinderfiletspitzen scharf angebraten und gewurzt. Gleichzeitig kann man die Kartoffeln vorgaren. Roßmarin dazu, ein paar Kräuter, leicht pfeffern, salzen natürlich. Dann kommen die Saiblinge ins Spiel. Die brauchen nicht lange. Kommt ein bisschen Salbei dazu. Die sauren Gurken natürlich, ganz wichtig. Und unsere Senflose, die wir natürlich vorher schon angesetzt haben. Die Saiblinge, die man sieht schon fertig, für den Kabel gekriegt. Kurze, knappe Geschichte. Ein paar Lauchzwiebeln für die Frische. Und es kann angerichtet werden. Guten Appetit. Guten Appetit.